Öfter mal was Neues ausprobieren. In 100 Tagen zu 100% Veränderung. Ich bin heute nur an diesem Punkt in meinem Leben, weil ich permanent neue Dinge für mich entdecke. So fing es mit Meditation an, ging über Hypnose, Selbstliebe, Affirmation, blockierende Glaubenssätze. Dann bin ich zu Theta Healing gekommen, zu Human Design. Nein, jetzt neuerdings beschäftige ich mich mit Switchwords und Heilwörter und Heilzahlen. So bin ich zum EFT gekommen und das empfehle ich dir. Sei offen. Probier einfach mal aus. Es kann nichts passieren, außer ganz viel Tolles, Positives. Und so lade ich dich ein, einfach mal EFT für dich zu entdecken, weil das eine unglaublich zeiteffektive Methode für dich sein kann. Wenn du da Lust drauf hast, dann lies jetzt die Caption des Videos.